Hallo und herzlich willkommen zu einer Rundfunk, Nils, Daluca, TauTau, Nefias, Botza, Kunbran und mir. Und hallo Fist. Und Fist. Und Fist. Ja, hey. Fist ist im Wunsch. Wenn hier der Surfer Rutschpacken ist, kauft ihr mein eigen. Und wisst ihr was? Wenn ihr TauTau nicht hören könnt, der ist nämlich nicht im TS. Ja. Ja, ja. Der Disconnect. Und Nils. Ja, ja. Er wird kurz abgewürgt. Er wird kurz abgewürgt. Aber keine Sorge, TauTau kann vielleicht noch joinen. Melone. Ey. Und das? Wo? Ey, du hast doch geshoppt hier. Nefias. Ne, ey. Willst du schon wieder den gleichen Fehler machen? Ey, Nils. Gut Gaming. Dafür hol ich jetzt die Mikrowelle. Na Nils? Eilige. Nils ist auf jeden Fall Trailer. Wo ist er? Wo ist er? Ich hab die Mikro. Hinter Richtung Eingang. Alter, hast du grad... Ich hab auf dich geschossen. Wo? Ist es Nils? Nils ist es... Ja, er ist hinter dir. Alter. Wow. Dalu. Nils. Okay. Jetzt bin ich dran, Nils. Dalu ist es. Dalu ist es. Er hat den Tower zerstört. Dalu. Baby, hinter dir Dalu. Links. Sollte umgebracht werden. Dann ist Dalu safe. Hab ihn. Ich hab die Mikro. Ich hab die Mikro. Gut Gaming hat Dalu getötet. Ja. Das ist richtig gemacht. Ne, TauTau. Nein, weil TauTau der Trailer war. Tötte Good Gaming. Wer hat denn das dann mit dem Safe Call gesagt? Mach war das TauTau. Nein, das hatte ich gesagt. Ja, aber Safe Call, dass er... Safe ist halt... Kann keine Leute aufhängen. Warum kann Leute aufhängen, ist Trailer. Warte mal, wer hat denn TauTau gemacht? Ich hab TauTau mit Dalu gemacht. Aua. Da, Dotzer! Goro! Ey, das war Goro, hat ihn gemässert! Ey, nicht! Alter, ist doch gut. Mann, warum... Warum geht der scheiß Baby dann eben? Ey, du Arsch. Fade regelt. Hab ich dich... Oh nein. Oh nein. Das hast du Dalu nur gesagt, weil er meine Sentry kaputt gemacht hat. Ah, das hab ich nicht. Das war Nils. Unleased... Unleased Disco. Unleased Disco. Fisk hat abgewirkt, glaube ich, dem Chat. Oh, stimmt. Durchfall hat er. Ich sag einfach gar nix mehr. Das Problem war halt doch, weil ich wusste ja nicht, was mein Kollege macht, weil TauTau ja nicht redet. Er hat immer bloß was gesagt. Der seid so gemein. Der Airbus wieder, ey. Der Airbus ist echt Strapazentest für die Leute, ey. Aber wir sind auch echt nur 7, gerade weil Fisk auch nicht... Ja, weil Fisk auch nicht da ist. Alter, ich war grad drin. Drück die Aufnahme-Taste, stütze scheiß Half-Life 2 auf. Äh, aus. Half-Life 2 auf. Aufgestürzt. 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 Was soll das? Ey. Wurde angeschossen, eben. Alter. Es muss Sponsor sein. Er hat gerade gesagt, oh shit. Turtles. I like Turtles. Turtles. Sind das echte Turtles? Ja. Hab ihn abgeschossen. Ich hab die Mikro-Turtles. Oh, hier ist auch ein Fake-Turtle. Ich hab nur meine Sniper vor allem. Fuck, da sind wirklich Turtles. Pass auf, Goro. Ja, natürlich sind da echt Turtles. Alter, Nils, ich dachte grad, das ist auch ne echte Turtles. Aber ich komm mir da jetzt nicht hoch, oder? Ja, ich will da auch nicht hingehen. Ah, Nils. Gorobei, guck mal hinter dir. Oh mein Gott. Das ist ne Turtles. Das ist Raffaello. Ohne Chips, ohne Schokolade. Hey, Dalu schießt. Hey, ich hab die Turtles erschossen. Das war aber knapp daneben, Gorobei. Aber auch vorbei. Leute, ich hab ne Idee, wir überleben Gorobei. Ach, ne. Hier kommen zwei Dudes von hinten. Nefi und Tautau. Warte mal. Stopp. Wer hat hier wen abgestochen? Das sind die Turtles. Ach so. Tautau. 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 Ach, sorry. Tautau und Nefi. Nein, 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 nein. Aber beide haben auf mich geschossen. Ja, ich hab außer Seen auf dich geschossen. Dann ist es Dalu. Tautau hat wirklich auf mich geschossen. Nefi hat's doch gesehen. Ja, Tautau hat geschossen. Zumindest hab ich das gesehen. Ich weiß nicht ob stimmt. Tautau ist einfach nur sauer. Die Grenze hat ihn getötet. Wen? Tautau, den Emo. Ja, das stimmt. Goro, äh Goro, Botzer ist es. Hä? Jetzt wird hierhin geschossen. Grund dran. Jetzt Dalu hat das geschossen. Glaub Dalu ist es. Glaub nämlich auch. Nefi ist es glaube ich, weil er hatte gerade keine Angst, obwohl ich voll der Psycho war. Aber dir. Kommen wir nicht zu nahe, Kunran. Ja, jetzt hat's auf mich geschossen. Das war der, der runtergegangen ist. Okay, hast du Glück gehabt. Wer ist da hinten noch? Das ist Kunran. Ah, das ist Dalu. Okay. Ey, wenn jetzt die Bombe kommt. Pass mal auf, wir klären das ganze jetzt einfach mal auf. Was? Der wollte mich erschießen. Der wollte mich erschießen. Ich muss das machen. Ich bin es nicht, aber ich lass mich schon wieder von Nils random killen. Weg, Kunran. Ach, Kunran war's okay. Wer war's jetzt? Ja, Kunran. Er hat noch Melon Launcher gehabt hier. Toll, jetzt ist mein Karma kaputt, weil ihr wieder falsche Informationen streut. Warum hört man Tautor eigentlich nicht? Ich hab ihn auch gerade im Chat gefragt. Tautor hat mich gerade schon wieder angeschossen einfach. Ja, weil du so gemeint bist. Ja, deswegen hab ich ihn dann erschossen, weil er geschossen ist. Ihr seid gemein. Random aufgeschossen, ja. Ist Fisk schon drauf? Nein. Fisk? Der lädt noch Addons. Spielt Fisk halt nicht. Ich lädt immer noch Addons, ja. Fisk ist heute zum ersten Mal dabei, oder? Ja, Addons. Du musst das nicht löschen nach jeder Aufnahme. Doch, wenn seine Freundin das sieht, ey. TTT spielst du? Das hätte ich nicht gedacht. Du Terrorist. Was ist das denn? Dead Ringer. Ist das wieder so ein Schweinkram? Dead Ringer. Welche Schießspiele hier? Dead Ringer. Sexspielzeug. Dead Ringer. Das ist so ein Schweinkram. Ja, man spielt jetzt ja Moriisten, die sich gegenseitig umbringen in ihrer verräterischen Natur. Du einen töten wolltest mit der Mikrowelle. Wenn ich einen hätte töten wollen, wäre er tot. Aua! DALU! Nein! Los, lösch den, lösch den. Lösch. Okay, es ist TAUTAU. Safe call. Ja. TAUTAU dermaßen. Das ist übrigens alles die Schuld von den Zügen gerade mit der Mikrowelle. Sorry. Alter, Nephi hat DALU angezündet und ich werde dafür abfahren. Sorry. Der Traitor hat doch gar kein Feuer-Item. Doch, hat er nicht auch? Wer ist denn der zweite Traitor? Wer ist denn der zweite Traitor? Ja, ne? Ja, der kann das so. Flair-Gun. Ja, ich war's ja auch noch. Das war ja das Problem. Ja, sorry. Der war denn der zweite Traitor überhaupt. Great! Ich hab nur einen gesehen, der da mit Props rumgespielt hat. Und denjenigen hab ich abgezündet, angezündet. Abgezündet. Ja, ja, du hast DALU angezündet und er hat mich dann erschossen. Rifle und ne Pistol, ey. So, Leute. Merkt euch die Lache von Nephi gleich weiter. Auaah. Auaah. DALU hat was gegen mich. Dritte Runde, wo er mich jetzt schon angegriffen hat. Einfach so. Kunran. Ich bin Dete. Gut. Geh weiter, Nils. Vorsicht, hier. Wenn ich einfach so sterbe, ist es Nephi. DALU ist es! Oh! Hä? Mikrowelle. DALU, DALU war es. Wieso? Confirmed ihr denn nicht? Ich hab auch mit drauf geschossen. DALU, gerade er ist tot. Ist DALU auch schon tot? Ja, er ist tot. Er ist confirmed. Wer ist denn in dieser Fisk Rage? Wie kommt er denn auf den Server? Ist das nicht Passwort geschützt? DALU redet immer so ein Quatsch, wenn der Traitor ist. Hä, was habt ihr mit der Leiche von DALU gemacht? Die liegt hier hinten. Achso. Nils schießt gleich, er hat richtig Bock drauf. Oh mein Gott, das mach ich nicht. Wer ist das? Ich war das, die Tür ist auf. Ich wurde hier gefallen. Nein, ich bin das nicht. Hallo, die Tür ist auf. Ich war das nicht. Kunran. Ich hab das Baby geschützt. Aber so geil wie Goro einfach voll wegrennt. So ein Baby kommt aus der anderen Richtung Goro erstmal. Zack, abhauen. So wie das Baby geflogen ist, sah das aus, als wäre das gegen Goro bei's Mikrowelle und der hat das voll gegen mich reingehaut. Ich glaub, das war auch so. Der hat den Wolli genommen, ey. Den hab ich Wolli genommen. Aber wie du wirklich fast in die Tür reingelaufen hast. Ja, ich hab die aber nicht aufgemacht. Die war schon ganz am Anfang der Runde. Den hab ich so genommen. Ich hab mein Target getötet damit, Nils. Nee, Nils ist am Ende gestorben. Grants. Du bist nicht rausgezogen worden. Ich glaub, ich hab dich sogar getötet. Ich hab das Baby doch jetzt vorhin auf dem... Nee, Kunran hab ich ihn killt. Aber ich hab mit auf dich geflogen. Aber es war Nils, ne? Naja, ich war's. Nimm dir jetzt Wolli wieder. Goro, hau ab, ey. Ich steh auf Goro's Liste, der will mich töten mit dem Mikro. Soll ich ihn töten? Ich mach ihm Wolli. Soll ich ihn töten? Ja. Du tötest niemanden, der einzige der jemanden töten... Oh, John Cena ist... Nein! Hey, Tauto und Daniel können euch duelieren. John Cena... Nein, da ist noch... Jawoll! Okay. Den haben wir noch erwischt, ey. Mit 2 HP überlebt, ey. Boster hat ihn fertig. Oh, Mann. Oh Gott! Er hätt sie vorher weggeworfen. Ich glaub, es ist John Cena. Oh. John Cena... Ich hasse den Airbus manchmal. Das ist auch Nils Lieblings-Item. Das muss mindestens einmal pro Session gemacht werden. Mir gehen langsam die Sprüche aus. Du sagst doch immer das Gleiche? Ja, du saug mir mal was aus den Fingern, was du dir mal gleich kriegen kannst. Nicht nur aus den Fingern. Nefi, geh kacken! Ja, ich muss... Ich muss mal das, was Goro bei gesagt hat, vorher machen. Geh weg! Ey, welcher Vollidiot hat den Bildschirm kaputt gemacht? Das war ich. Oh. Wer hat hier in den Bildschirm gebissen? Nein, nicht stehen bleiben. Geht weiter! Oh, geil. Oh, geil? Oh, geil? Oh, geil. Ja, scheiße. Nefi ist ja gar nicht mehr drin. Ne, ich bin weg. Bin abgehauen. Oh, geil. Hey, was soll das, Kunran? Goro ist es. Ja. Oder hier. Das ist die Errorzeichen, oh Gott! Oh Gott! Das war wirklich Goro. Das war Goro dann. Kunran hat es überlebt. Ja. Goro ist immer der Einzige, der sich so wichtig tut. Nefi ist es, der Andere! Nein! Kunran ist safe! Ihr beide könnt euch duellieren, es ist vorbei! Wer? Nefi und der Andere, der unten ist. Kunran ist doch da hinten noch. Na, der ist safe. Die Bombe ist hier. Ja, Autau ist hier noch. Tautau schießt! Tautau! Ach, Leute. Was war das für eine Waffe, die du in der Anderen hast? Das war ein Poison Dart, Jesus. Aber das war voll falsch irgendwie. Keine Ahnung. Hast du den Kunran gekauft? Ne, das ist der Poison Dart, heißt der. Das ist irgendwie nur ein Schuss. Sterbig. Voll dämlich. Man könnte ja so geil, ähm, diesen... Leute, werf Discos! Nein! Das ist nicht. Ja, ja, deswegen, ja. Ja, das war immer noch... Das war noch der Blade. Aber doch! Ich hab da ne NC auch reingeworfen. Oh, sauber. Ich hoffe, du wärst es nicht. Oh, ich schwit... Dalu! Oh nein! Hä? Dalu ist es! Da ist er, oder? Ist er der da? Der da bocks? Der bocks da. Goro! Ich bocks da. Ich bocks da. Wieso hast du hier Randallier? Meine Tiege. Doktor! Oh! Doktor, mir geht's ganz scheiße. Ich glaube, es ist Fisk. Alle leben noch. Ich sitz hier nur. Ich sitz hier nur. Oh nein. Okay, Fisk hat mir drei Schaden gemacht dafür. Oh, drei! Drei ganze... Ich hab den Fahrstuhl an. Oh ja, das ist eine Lade. Dankeschön, eine Lade. Nicht Unfall. Du stehst auf Grundrands Liste. Wobei, du bist so schlecht, Alter. Aua. Perfekt, lass liegen. Heute. Wieso sagst du heute, Nils? Ich hab direkt auf den Kopf gezielt, Mann. Ja. Der Scheiß-Detective-Model. Hier, wer ist der andere, der da? Tau-Tau ist es. Ja! Nächste Vase drauf. Das können wir rausholen. Oh nein. Oh, mir ist ganz schlecht. Wo sind die eigentlich gestorben? Oder Waffen? Ich will da auf, die Besucher kommen. Er lebt noch! Er saß hier gerade. Zorn! Wieso sagst du das nicht? Ja, ich weiß. Es sieht schlimmer aus. Warum von dir? Er hat gesagt, er hat gerufen, Talu! Und dann hat er sich umgedreht. Und dann hab ich geschossen. Das kann ich leider nicht rechnen. Oh! Ja, genau. Warte, ich hab auch leider keinen Lebihil. Tut mir leid. Was? Talu, deine Leiche! Talu, deine Leiche! So. Jetzt gehen wir an die Fan-Fictions. Oh nein! Hallo! Oh nein! Hast du gesehen? Mein Hüftschwung stimmt schon, ey. So. Ich will der Große durch. Ich will! Nein, nein, nein! Fisk, Hilfe! Ihr ist Tautau! Oh! Boah! Boah! Alter! Tautau! Ist es Tautau? Weiß ich nicht. Der hat mich aber eben blockiert. Was machst du da? Ja, das klappt nicht so gut hier. Das ist ein gut federnes Bett, ey. Was versuchst du da, Fisk? Das sieht gut aus. Oh, die Hände sind perfekt, ey. Fisk will dann Feuerlösch. Das ist halt die typische Geisterhand, die Nefias am nächsten Mal dann hat. Ach nein! Um die Geisterhand zu kriegen, setzt Nefias sich immer auf die linke Hand. Boah, weißt du, dass ich links dann da bin? Achso, dann auf die Rechte. Vor allen Dingen, das meinte ich noch nicht mal. Hallo? Ey! Stell dir sie einfach auf meine Mikrofelle. Was ist denn jetzt eigentlich mit den anderen? Keine Ahnung, da macht das schon was. Weiß ich nicht. Nix geht. Nils, hast du es gesehen? Der Undertaker hat wieder gekämpft. Was sagst du dazu? Und unfair gewonnen. Also, ich gucke kein Wrestling. Achso, ich dachte, du bist so ein Fan davon. Nein, ich kenne das alles nur aus so einem... Ich kenne nur schon Zien. Oh, sorry. Goro ist es. Goro boi. Der lebt wieder? Ja, er lebt noch. Er lebt noch. Nils möchte mir seine Waffe nicht geben. Er hat mich nämlich wiederbelebt. Was hast du? Warum? Weil du der Einzige bist, der alleine war. Der Schwachsinn. Los, rein da, Fisk. Äffne mir die Tür, Fisk. Lass mich durch, Leute. Bis Goro seine Waffen aufgehoben hat. Goro, das war jetzt. Das war echt, ich hüpfe hoch und ruf Dalu und zack, hatte ich einen Sitzen, ey. Ich dachte echt, du wärs Traitor und dann dachte ich so. Du drehst dich um und schießt mich danach. Ich hab dir echt den Kopf geschossen, Nils. Ja und? Ja. Das ist mein Problem. Das rechtfertigt nix. Stopp. Du hast mir den Kopf geschossen, das heißt, der wollte noch er, dass ich dich töten muss. Nein. Das ist mein Problem. Das war ein freundschaftlicher Klaps. Mit einer Kugel. Im Kopf. Im Kopf. Das ist, weil wir einfach gute Freunde sind, Nils. Komm Nefi, Mexican Stand-Off. Nein. Nefi. Ich bin auch... Guck zu. Okay. Mikrowellen-Kill. Okay, Kunan, guck zu. Verbotten. Oh, die perfekten Ziele. Hallo? Hallo? Einmal weg. Ja. Ich war das nicht. Tau, Tau. Stopp. 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 Oh Gott. Ich war das nicht. Ich komm. Hier war ein anderer noch hinten. Ist Fisk gestorben? Nein. Nein. Bei Innocent sind schon tot, Leute. Was wisst ihr dazu? Wir haben einen Dalu, der nicht redet. Wir haben einen Fisk, der geshoppt hat. Wir haben einen Dalu, der... Bitte? Fisk ist einer der Trader. Wir haben unten geshoppt. Fisk und Nefi dann. Da, Fisk hat sich enttarnt. Überhaupt nicht. Nein. Nein. Nein, Fisk. Verkack es doch nicht. Ja. Was war das für eine Runde? Das war so geil, Nefiass. Das Eismesser. Die Runde war super. Guillermo steht vor mir. Ich guck zu. Kundra mein Target. Alles klar. Links, rechts, weglaufen. Ne. Ne. Ich dachte erst, er hätte es vorbei geschossen. Ne, ne. Hinter dir stand mein Target, ey. Oh Mann, ne. Kundra, der hat auch... Der hat auch gewartet. Geht weg. Oh, jetzt ist die Diegel weg. Aber die Amo ist voll in mich reingefogen. Warte. Was für Abos? Die Abos. Und vor dem Fate hab ich noch einen erwischt. Das war auch gut, ey. Fisk ist der Barbo. Ich lösche Nils jetzt aber aus der Videobeschreibung. Der Barbo. Der Barbo. Na uns. Na uns. Kackegeal. Deine Videos guckt sowieso keiner. Mehr als deine Videos. Jetzt mach ich das. Oh. Alter. Ich glaube doch, Nils. Lass mich durch, Nils. Warte, ey. Bitte. Da vorne. Goro, ey. Das ist Goro. Hä? Kundra! Hä? Warte. 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 Was war das für eine Runde? Wie schnell. Du warst es nicht, Goro. Ich hab doch gesagt, ich bring Nils um. Wie sahen die aus? Ne, wie aus der Nils. Die waren schön bunt, ey. Boah, der ganze Gang ist voll, ey. Da musst du ja einfach nur noch Kunden dran töten. So ein Abend des Schicksal sei lau. War nicht nett von dir, Goro. So schnell konnte ich gar nicht shoppen, ey. Oh nein, ich häng fest. Kann ich mir vorstellen. Mach aber immer noch mehr Interviews im Monat dazu. Okay, lass das gleich mal nachkommen. Alter, macht er aber wahrscheinlich wirklich. Simpsons Hit and Run wird halt aufgesucht. Ich hab ja noch ein paar tausend Videos hinten dran. Und Simpsons Hit and Run ist halt tatsächlich gut gelistet. Ich guck jetzt. Und die Interviews auch, oder? Genau. Ich guck jetzt, bin eh eh nur. Ja. 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 Ich glaub, Grants hat jemanden getötet. Nein. Aua, die Mikro, ey. Mach keinen Scheiß da, lu. Das war ich nicht. Das war Kundran. Nein, du hast nachgeladen. Er hat nachgeladen auch. Ja, ich mach jetzt Grants weg. Ja, mach ihn weg, ey. Wenn ich tot bin, ist es Kundran. Mach ihn weg. Kundran, Kundran, Hilfe. Fils, rette mich. Du bist die Polizei. Fils. Oh Gott. Falsche. Nils, ich muss dich enttäuschen. Gorobei macht das Dreifache. Nils, Gorobei macht das Dreifache. Nils, Gorobei macht das Dreifache. In Regenbub. Gut, Gemi macht 10.000, Gorobei macht fast 30.000 im Monat. Echt? Zu viel? Tja. Ja, verschätzt, wa? Ja, Nils. Wer ist jetzt von den Trailer? Simpsons Hit and Run, ne? Ja, so viel dazu. Dafür mach ich das mit weniger Arbeitsaufwand. Jetzt kommt das so, ey. Alter. Sorry, Dalu. Ich hatte Angst. Blub, 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 blub. Blub, blub. Ich hab nicht... Bist du Inno? Oder? Nee, du redest nicht. Also bist du Trailer? Ich hab die Runde nix mitbekommen. Ich war auf Social Blade. Ach, Fisk holt die Runde. Sehr gut. Ach, Fisk ist drauf. Tautau, den werden wir noch nicht. Ich hör Tautau wirklich nicht. Das macht er extra, aber er ist angeschnappt. Hab ihn geärgert. Hä? 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 Das ist so gemein. Ja, authentisch auch das Hä? Ja. Das war doch so ein TS-Soundboard, ey. Das hat er doch vorher aufgenommen. Ist der Sachse da? Ich dachte mir das vorhin schon, dass wir eigentlich so ein Remix aus manchen Soundfiles machen müssen. Weil Grants gerade einmal so ganz klar Melone gerufen hat. Melone? Melone. Dafür mach ich den, der hier jetzt vor mich steht. Das bin ich. Schon wieder? Ja. Sehr langweilig. Du hast da so ein Näschen für. Ich bin Detective. Ich bin Detective. Ich bin Detective, du Loop. Er hat nur den Cursor gesehen. Er hat nur den Cursor gesehen. Du bist ein Luder, Grants, bist du? Es ist da, Loop. Oh, bunte Kugeln. Aua. Die Kugeln sind so geil. Okay, scheiße, ey. Und Goro ist der andere. Nein, ich sammle es gerade auf. Oh. Halt, stopp. Wer ist der andere? Halt, stopp. Du bist der andere. Nein, 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 nein. Goro wurde doch gesagt oder nicht? Meine Waffe bugt wegen dem Baunzi-Bolding. Hä? Ich sehe meine Waffe nicht mehr. Das Baunzi-Bolding hat meine Waffe verpackt. Okay. Ach, deswegen konnte Kunran nicht vorhin beschweren. Dann war das derselbe Bug bei mir. Okay. Warte, nicht. Kunran ist. Ne, wie ist es? Nein, ich bin es nicht. Ey, kill mich doch jetzt nicht. Warum nicht? Es können nur... Da! Tau, Tau. Oh Gott. Fiss Kunran oder Tau, Tau. Ey, Kunran verfolgt den Detective Traitor. Den Detective Traitor? Der Detective Traitor. Hier ist die Tatwaffe. Ey, Kunran hat hier so eine dicke Waffe. Können wir nichts zu tun haben. Wir haben hier eingesmoked. Ich dachte gerade, Fisk will dich machen. Was? Hat er geschlagen? Ja, hat er geschlagen? Voll abgeschlagen. Das sah gut aus. Gestolpert. Nichts mehr. Fisk. Ne. Tau. Okay, also... Ich weiß noch nicht, wer es ist, Mann. Wer ist safe? Keiner. Ja, gut. Keiner, oder? Aber Problem. Ich bin safe. Ich will ja... Ein Botzer lebt auch noch? Achso, er ist Detective. Ich stehe auf Tautors Liste. Ich glaube nämlich auch, dass irgendeiner nur darauf wartet, die Liste abzuarbeiten. Fade Regen. 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 Wer kommt da? Wer ist hier? Ich bin das. Alter. Die Runde dauert immer so lange, wenn man Fisk oder Kunran ist. Aber Dalu ist es doch. Wo ist Dalu denn? Weiß ich nicht. Da ist ein Wifi. Ich würde schon fast sagen, er ist tot. Er ist hier unten. Da ist ein Dau-Dau. BTF? Bei mir kam da irgendeine Textur durch. Stopp. Okay. Ballert. Hey, wieso hast du die Leichen... Hier ist eine unidentifizierte Leiche. Moment. Moment. Tautau ist tot. Tautau, yeah. Dann muss es Kunran sein! Das kann ich gut, das wisst ihr doch. Umdrehen und Headshot, das kann ich gut ey. Hä wie bist du gestorben dann? Ich wurde einfach hinten erschossen. Aber deine Leiche war weg oder? Ja ihr habt alle auf mich geschossen, ich weiß nicht welche Kugel die tödliche war. Toll, ich hab zwei Fades abbekommen. Warum ist das denn ey? Es steht hier zweimal, you have shared the same fate. Ich musste mehr einkaufen, weil die Grenze einen hatte. Eigentlich müsste der Fate ja nicht mehr gehen, weil ich ja jetzt zwei abbekommen habe. Ich bin jetzt immun. Alter! Jetzt werbe ich erst die Disco, damit die hochgeht, wenn er spawnt. Nephi ist schon geimpft gegen dich. Gerade ein bisschen zu früh. Ja ein bisschen. Brauch ich Waffen, Alter. Ja, hier liegt nichts mehr. Was? Das Schloss mit Losty. Wenn ich gleich tot bin, ist es Nephias. Nein, ich hab auch nichts. Ey, wer hat die Mikro an? Ja, ich auch nicht. Wer hat die Mikro an? Hier liegt schon mal das hier, das ist schon mal besser. Nils hat die Mikro. Was hast du gefunden? Schmeiß sie gegen den da vorne. Rifle? Ja. Da kommt einer, Nils wirf. Ja. Ihr brennt, ey, ihr kommt hier nicht weg. Na super. Leben. Ey. Wurde ich hier gerade gesnipert? Ne, ich hab nicht gesnipert. Also nicht von dir? Oh, Fisk. Nils hat's jemand erwischt, oder? Wahrscheinlich. Oh. Oh. So nicht. Tautor rennt weg. Ich glaube Tautor will vom Tatort fliehen. Ey, da liegt ne, da liegt ne Stungun. Die ist von Nils. Die ist von Nils. Die ist von Nils, ja. Problem. Ey, dann muss Nils der Traitor sein. Meiner. Nils ist Detektiv jetzt. Ist er frei zum Abschuss? Er ist frei zum Abschuss. Es ist Dalu. Dalu hat abgesaut. Was hat der abgesaut? Ja, ja. Absaut. Er hat abgesamt. Er hat das Ding da geöffnet. Ja, nicht mit mir. Ey, Goro, der Ding ist auf. Ja, und ich bin zu stark, ey. Dalu ist irgendwo der Anfang. Hallo Goro. Tautor ist es übrigens. Goro, Stalu. Ist das jetzt gewesen? Nein, das hätt ich dir abgeknallt, Grint. Höre ihn. Dalu ist es. Wo ist er? Nicht. Jetzt Tautor hier. Ich hab den A. Ja, ey, wir standen voreinander. Ich hab nicht geschossen. Er ist es. Hat jemand grad auf mich geschossen? Wer ist da hinten noch, Goro? Ja, ich. Ich. Ja, du als Einziger. Auf mich wurde grad mit der Shotgun geschossen von hier hinten. Ja. Ja. Weil ich. Weil ich. Ich. Tautor zielt auf mich. Grüße an Leuten. Mhm. Tautor buggt bei mir rum. Ihr buggt grad einiges irgendwie. Ich möchte auch was haben. Botz da wird gesch... Botz da wird gesch... Botz da wird gesch... Botz da wird gesch... Glaub ich... Warum hast du mich leben lassen dann? Ich liebe dich. Jetzt ist es offiziell. Bin es nicht. Mach keinen Fehler. Ja, warte mal, warte mal, warte mal, vielleicht ist es da. Du wirklich nicht. Warum hab ich ihn leben lassen? Ja, warum hast du ihn leben lassen. Das macht keinen Fehler, Frida. Ja, der Inno kann es... Jetzt macht keinen Mist. Der Inno kann eskalieren, Leute. Ja, da sind zwei Innos, du Bobo. Ja, kein eskalierender. Es sind die anderen und ich noch. Ich sehe aber nur euch beide. Turtles, Turtles, I like Turtles. Was sieht denn mit vielleicht Nithy aus? Turtles, Turtles, Hau ab. Hallo? Hallo? Bist du der letzte Fizz? Will ich dann nach unten zielen, wenn ich der letzte wäre? Wer ist denn da unten? Sind da unten die Schlümpfe oder was? Ich ist echt... Was? Ich ist die echte Turtles. Bist du das? Nein. Da oben sitzt du da, lauert auch noch eine. Nils, bist du auf Reddit? Turtles! Das ist viel besser hier. Irgendeine Turtles, die doch... Nils, bist du auf Reddit? Jetzt hilf mir doch mal, Goro! Was denn? Hier ist irgendeine Tur... Oh, da oben! Boah! Alles... Lauert sie... Auf ihre Chance. Hier, vor dir liegt was. Von wem? Mit wem redest du? Mit Nithy? Ja. Oh, Turtles! Ne! So! Du bist... Und den habe ich wiedergelebt. Was? Du warst nicht Traitor nach dem Move. Bitte. Was? Wie das denn? Ich habe auch TauTau wiederbelebt. Wieso ist der jetzt auch tot? In Nils habe ich abgeschossen, weil er TauTau aufgeschossen hat. Naja. Weil er so witzig ist, darf er wieder leben. Ist Fisk schon tot? Falls du es noch nicht wusstest. Ja, ach! Du schiffst! Ja, ich weiß! Aber ich habe alle meine Credits verstanden. Du musst ja jetzt gesippt, falls du es nicht wusstest. Oh Gott! Hier springt noch irgendwas. Matix! Alter! Weg TauTau! Nein, 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 nein! Oh fuck, die Tür ist ja zu. Huh! Ich panik! Nein! Weg halt! Meine Armee hat gewonnen! Ich habe doch gesagt, es ist cool, die Runde läuft. Ja, was ist denn da hinten los? Ciao, ciao! Ciao, ciao! Ciao, ciao! Tschüss!